Musik 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 So Und dann hier hoch Musik Glaube ich Musik 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 Okay Das heißt, wir gucken jetzt mal hier, was hier ist Wenn es auf der anderen Seite weitergeht Musik 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 Ja, okay. Und, was haben wir hier? So, Lavendel. Was bin ich denn mit Lavendel? Ihr braucht den Lavendel. Wobei, Lavendel riecht gut. Ich bin ja nett, wenn meine Heilerin mich mal heilen würde. Hier stehe ich Stress. Oh. Dann müsste ich ja den ganzen Lavendel im Wald nehmen. Okay, den ganzen Lavendel und Valdrianen. Wald. Wiese. Feld. Hier auch immer. Palmas und Primor. Na dann. Mach aber keine Überdosis. Na nein, ich doch nicht. Kommst du wieder da auf? Aufgewirr. Okay. So, ich werde das. Ich werde das. Mach es ist. So, ich werde das. No, ich werde das. Ja, ich werde das. Dann aber noch keine Übersicht. Wir werden das. Ein Level Up wäre bald mehr schön. Ihr Mädels seid immer und ewig 21. Also ich bin mit meinem Alter zufrieden. Weil du vorbei bist und aus Versehen überdusten. Ja, doch, okay. Das könnte tatsächlich sein. Das könnte tatsächlich passieren. Wie gesagt, ich bin mit meinem Alter zufrieden. Ich kann mich nicht beklagen. Man ist immer nur so alt, wie man sich fühlt. Bin ich gerade der einzige Typ hier? Äh, nee. Nee. Nicht der einzige. Kaya ist auch ein Kerst. Scheiße. Ich bin heute 80 bloß mit Hirngulasch. Ey, aber Hirn-Gulasch soll echt lecker spinnen, äh, spinnen, genau, lecker schmecken. Jetzt ist der Schweißwerk-Schwitz. Äh. So. Was kann ich sein, gell? Ich dachte, ein Mimischen. Ja, das, äh, das könnte auch stimmen. Das weiß man aber noch nicht. Die Gattung Kaya ist doch nicht ganz erforscht worden. Ich kämp' mir auch mal gegen die Luft. Oh, wir haben ein Bein gefunden. Oh, wir haben ein Wumsel. Das löse ich ja jetzt erst. Diese kleinen fliegenden Dinge heißen Wumsel. Oh Gott, ist das süß. Wumsel. Das sind die kleinen, die sind Wumsel. 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 Iron wurde erwischt. Sorry, Iron! Mein Butt war schneller als ich. Achso, ich hab gar kein... Ich hab gar kein Zitronenwasser mehr. Äh, dann für die Woche die Zeit, die du brauchst, setze ich bitte nicht unter Druck. Das war eigentlich Mapper. Das meine ich. Wie gesagt, Mittwoch wird halt kein Stream kommen. Ja gut, morgen logischerweise auch nicht. Ab Donnerstag dann wieder. Freitag bin ich bei meiner Oma. Deswegen da dann auch nicht. Zumindest sofern es okay ist, wie sie ist. Muss ich nur noch einmal umändern. Weil eigentlich wollte ich Donnerstag zu ihr, aber ich hab vergessen, dass Frühschluss im Außendienst ist. Also auf Reisen. Ja, Aaron, das ist besser. Das gefällt meinem, meinem Bot auch besser. Ich hab leider nicht schnell genug reagiert, sonst hätte ich das, äh, verändern können. Aber wenn ich halt nicht reagiere, dann... Es springt halt direkt der Bot an. Und, yeah. Was fang ich denn mit meinem Leben an unter dem Stream? Ja, ich bin halt leider morgen auf einer Beerdigung, deswegen... Ja. Ja. Das... Ja. Da bin ich erst mal nicht abkümlich. Wo muss ich jetzt denn? War ich jetzt an beiden Orten schon? Ich glaube. Ich glaube, ich muss jetzt hier lang, oder? Ich hab Karten lesen, ey. Warte mal. Nee, ich muss auch da. Da muss ich lang. Äh, wo ist denn Frusches denn? Äh... Ja, wo fährt Frusches denn mal hin? Ich weiß es nicht. Er hat's mir vorhin noch erzählt. Scheiße. Scheiße. Nee. Nee, da... Da meine ich noch nicht hin. Das kommt erst noch. Scheiße. Er hat's mir... Wir haben vorhin noch drüber geredet, ne? Wir haben vorhin noch drüber geredet, wo er hinfährt. Scheiße. Ja, aber voll gerade. Ich... Ich weiß es leider gerade nicht. Kann ich dir später sagen. Kann ich dir morgen dann... Schreiben, wo er hinfährt. Ich weiß es gerade nicht. Das fällt mir gerade echt nicht ein. Wie gesagt, wir haben vor... Kurz vorm Stream haben wir drüber geredet. Da hat er mir doch gesagt, wo er hinfährt. Die nächsten Tage. Wochen. Monate. Scheiße. Wie gesagt, ich weiß, dass er von Mittwoch auf Donnerstag weg ist. Aber ich weiß beim Bisschen bin ich mehr, wohin. Scheiße. Das ist tatsächlich so ein bisschen peinlich. Wir haben vorhin noch drüber geredet. Wir meinen dann so auch so, ja, ich weiß. Hm? Ja, ich weiß. Ich hab's vergessen. Toll. Nee, kann ich dir morgen jetzt sagen. Oder euch. Ich weiß leider nicht. Ich bin schon wieder... Ja. Ja, los. Tatsächlich. Ich bin auch noch Bruder. Das heißt, die Attacke ist so nicht geladen. Nein. Scheiße, schnell. Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Ich glaube nicht. Okay, ich muss irgendwas für die Heilung greifen. Warte, warte. Okay, jetzt wollen die HP. So. Jetzt haben wir wieder Heilung. Wir dürfen wieder heilen. Danke. Wäre vielleicht nett, wenn mal wieder einer Loch heilt. Bist du Hude? Wurkst du Hude? Weih, noch nicht. Ich bin tot. Heil dich, Heil dich, Heil dich, Heil dich, Heil dich. Ich darf Objekte nehmen, das ist gut. Rang des Lebens. Leider nicht. Leider ist das mit dem Spiel tatsächlich anders. Und zwar sind die HP die Heilungspunkte. Sie heißen auch tatsächlich Heilungspunkte. Ohne die HP kannst du keine Heilung verwenden. Die KP sind das Leben. Und die, ich glaube, FP sind quasi das Mana. Und XP sind halt die Erfahrungspunkte. Also hier ist es tatsächlich ein bisschen anders. Was sie sich dabei gedacht haben, ich weiß es nicht. Aber das Spiel ist dennoch cool. Aber es ist halt sehr, sehr störend mit den, mit der Heilung. Das macht das Spiel verdammt schwierig an manchen Stellen. Ich habe wieder was gelernt von Bernd. Gerne, gerne. Das ist aber halt auch naheliegend, dass HP und MP, ne? Leben und Mana eigentlich sind, aber... Ja. Hier ist es etwas anders. Mal einfach von Schmieden. Fertigen. So eine Klinge. Das sieht mir ja geil aus. Einmal. So. So. Okay. Okay. Ja. Tausend Punkte. Die Menge dazugefügten Schadensschaffungen von Gegnern Nahtoderfahrung Bei Nahtoderfahrung Die dazugefügten Schadensschaffungen von Gegenangriff Die Boost-Anzeige wenn ein Kampf beginnt Direkter Gegenangriff Ich mach das einfach Gegnerkörper Lichtslein zuzufügen Zeige Wann hat er für den Boden Wann hat er für den Boden Wann hat er für den Boden So, ich musste gerade noch mal ganz kurz... Putsch hatte gerade noch eine kurze Frage. Ich musste gerade einmal ganz kurz... Sandy... Äh... ... die Bälle mit auszulösen. Wird ein Bodo gegenwärtig. Dann machen wir das hier einmal. Okay, bei ihm kann ich nichts mehr machen. Kriss-Hulu. Quatsch. Da kenne ich auch ein paar Spiele mit diesem komischen Tentakel-Fichter. Und der ist über Limits. Die haben mir hier zugefügt, die scheinbar Schwachpunkten auszuweichen. Ich weiß nicht, wo ich meine Punkte setzen soll. So, Zeige. Macht alles nicht einfach hier. Luftpunkte, wenn nur ein Kampf über das Erwachen. Zeige, wie die gefüllt wird. Wir müssen jetzt hier... Luft auszuweichen. Reicht das einmal. So, wenn die Luft kickt. Das machen wir einmal. So. Dieses Krakenviech wird aber in mehreren Spielen verwendet, ne? Als... Ich bin einmal noch mal ganz kurz. Ich bin gleich wieder da. Nicht weglaufen. Ich gehe auch mal gleich von außen, dass da gleich ein Bosskampf kommt. Deswegen... Ne, das war die falsche Taste. Ich bin gleich wieder da. So, Entschuldigung. Hat ein bisschen länger gedauert. Meine Großmutter hat sie eben noch schnell angerufen. Was wegen morgen noch klären. Hä? Deswegen... Hat es ein bisschen länger gedauert. Musst du da eh noch mal kurz zurückrufen. Das war mir dann auch wichtig. Oh. Ich... Ich... Ja. Es tut mir leid. Ab November sieht die Sache dann wieder ganz anders aus. Oh man. Ihr hattet aber schon mal Spaß. In der ganzen Zeit. Und sehr viele Bohnen habt ihr gegessen. Sehr, sehr viele Bohnen. Äh... Wollen wir mal ganz kurz gucken. Ah. Okay. Warte. Die Öhrchen können ab. Eine Stunde ist wahrscheinlich schon lange vorbei. Tada. Ein herzliches WB. Danke ihr Lieben. Danke. Hier ist München. Ja, du weißt. Ja, ich weiß. KP aller Charaktie und HP haben sich erhöht. Hier schön. Wir sind schon an Level. Okay, dann speichere ich einmal. Wollen wir den hier nehmen. Mal sehen, was uns jetzt erwartet. Ich glaube, ich habe da gerade was gesehen. Und zwar hat sich das hier irgendwie... Ah, nee, das ist doch... Okay, okay, doch. Alles gut. Das ist dann nur das Design. Aua. Aua. Lass mich da nochmal weg. Ich komme da nicht raus. Ja, okay. Äh. Größte Problem ist halt das Anvisieren, ne? Warte mal. Hm. Autschi, Autschi, Autschi. Okay. Also egal, wo wir angreifen. Wir machen kein Spaß. Die ist doch da. Warte. Hier. Aho. Die lassen sich nur so scheiße anvisieren. Wozu... Kann ich in der Luft angreifen? Wenn ich nicht angreifen kann. Autschi, 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 Autschi. Autschi, Autschi, Autschi. Mach das kaputt. Äh... Oh, das wäre super, Mappa. Das wäre super. Kann ich mich mal da mal wiederbeleben? Nee, kann sie nicht. Gut. Hm, 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 hm. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Könntest du mich heilen? Danke. Ich hasse solche Kämpfe. Da, das wird weg. Autschi, das Flit weg. Es ist immer so eine 50-50 Chance, ob du mich wiederbelebt oder nicht. Danke. Und bitte auch einmal, kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon. So, steh ich in das Gips da rein. Wie viele Arme hat das hier noch? Der letzte Arm. Wenn ich es richtig sehe. Will ich wissen, was dann die nächste Phase ist? Ach so, Scheiße. Toi, jetzt hat er ja wieder Arme. Das ist aber unfair. Ah, jetzt habe ich hier angreifft, okay. Sehr schön. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. So. Perfekt. So kann man auch Garten, äh, Gerta spielen. Katzen, toll. Katzen behalten wollen. Okay, was hat der schon wieder? Uh, Level up. Okay. Okay, der wartet da hinten jetzt auch noch irgendwo lang. Okay. Das will ich mir erstmal ansehen. Und das war gut. Lass da was Gutes. Äh. Ich wollte gerade sagen, lass da was Gutes drin sein, aber naja. Gutes relativ, ne? Jo, was können wir denn mal kochen? Oh. Oh. Oh, ein Obst-Sandwich. Rf. Frust. Ja. Nehmen wir einmal. Und wir reden mal mit Loch. So. Oh. Oh. Wenn du mit einem Spann abgehauen fühlst, dann hast du schon viel Spaß gemacht. Aber du hast es gewusst, dass du immer noch nicht so viel kaltest. Ich habe auch nichts mit dir gemacht. Du hast mich über dem Zug auf dich unterhalten. Ich habe einen Hosen von der ersten Hosen, aber... Wenn du ein Verkaufs hast, wo du mir sagen... Ich habe mich nicht überrascht. Du hast das nicht verstanden. Du hast das Segen, das Hosen ... Du hast es sich auf dem Hosen, also. Also... Es ist eine Art, die sich auf der Hosen aufhört. Das war's für mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Juhu! Und hier war eine tiefere Bindung. So. Äh, haben wir eigentlich Geld dazu bekommen? Ne. Äh, ja. Ja, Kaya? Ja. Wieso? Ne, hast du nicht. Äh, das ist eine Frage, wo du gehst jetzt aufs Ruhe vom... Kein Fassmoke, keine Iron. Also bekommen wir aufs Kopf. Oh, ich höre jetzt ins Bettchen. Ein Stück euch viel Liebe, Leute. Ich höre jetzt später auf jeden Fall eine gute Nacht und gute Besserung. Danke, dass du so lange dabei warst, Iron. Vielen, vielen lieben Dank. Oh nein. Oh Gott, das kann ewig dauern. Ich kann mich an die letzten Kämpfe erinnern. Oh nein. Nur 5-4-5. Ja, 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 ja. Oh, Law kriegt schon ordentlich einen weg. Law sieht uns tot. Können wir mal wieder beleben Gott, steckt die Vier ein Äh, fällt die Vier ab, so Andersrum, andersrum wird ein Stück groß Das wird ewig dauern Verpitz dich Oh gut Ich wollte gerade sagen, Lorz ist aber nicht wieder tot Sehr gut Ja, ich weiß Das ist, äh, ist mir bekannter, ja? Ich habe doch allen Grund zu Weil die versucht da gerade so ein bisschen Den Arsch In den Färberbahn Äh, ist beim Streamer nicht ganz so möglich Geht, wenn er von Twitch aus Juhu Zurück, zurück, zurück Oh, ich weiß, was das ist, äh, ist das? Ja, das ist so. Ja, das ist so, die Punkte noch. Ist gut! Habe ich irgendwann mal vor! Jaja, habe ich irgendwann mal vor! Aber zur Zeit haben wir mehr als genug Spiele! Die auf Beendigung warten! Boah... Alter, die Boss-Camp-W hier sind echt... Mega hart! Oh Scheiße, ich habe heute noch keinen LF-14 gespielt! Ich auch nicht! Heute habe ich auch noch nicht gespielt! Ich muss... Ah, scheiße. Ich muss aber hier rein, aber... Nein, nein, nein. Zurück. Wir haben alle heute nicht bei F15 reingeguckt. Boah, wir sind gleich erst beim Dritten. Das ist nicht gut. So, gerade wo ich mich halten wollte. Äh, ich meine ja... Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020